Ja, herzlich willkommen. Heute sehen wir Batista gegen John Cena. Beim letzten Match konnte sich Batista gegen The Rock durchsetzen, aber der John Cena, der war da nicht ganz unbeteiligt, falls ihr das Video gesehen habt. Also der hat sich da eingemischt und jetzt, jetzt bekommt er seine Chance. Und ob sich The Rock auch einmischen wird, wir werden es sehen. Auf jeden Fall müssen wir unseren Titel heute gegen John Cena bei WWE WrestleMania Backlash verteidigen. Lassen wir ihn erstmal reinkommen und dann gucken wir mal. Uh, hoffentlich ist da nicht das Programm, was auf seinem Wimpel steht, denn wenn er nicht aufgibt, oh mein Gott. Das Ganze ist ein Last Man Standing Match. Greifen wir ein? Nein, komm. Lassen wir John mal seinen Einzug und schauen wir mal, was wir gleich für eine Taktik gegen ihn fahren. Ob wir eher defensiv sind, oder ob wir, wie in den vorausgegangenen Matches, einfach knallhart auf ihn einpübeln. Hier kommt der Champ, Batista. Das ist der WWE Champion, Batista. Auf dem Weg zum Ring. Batista. Dann wollen wir mal sehen, ob wir den John Cena jetzt besiegen können. Oh, das Publikum ruft Zina. Ihr seid's denn nattisch? Okay, es geht los. Wir überspringen das Ganze hier noch ein bisschen. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. John Cena versus Batista. Vor so WWE. Oh, direkt geblockt. Nein, 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 kein guter Opener. Ah, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ja. Nicht mit mir, Freundchen. Oh nein. Nicht getroffen. Nein. No. Oh, John Cena. Na komm. Das kann doch nicht wahr sein. Der kann uns... Wir müssen erst mal raus. Wir müssen erst mal raus. Wow, 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 wow. Wir haben 15 Minuten Zeit. No. Das gibt es nicht. Ich konnte noch nicht mal... Mein... Batista. Ah, doch nicht auf den Hallenboden. John Cena Ziemlich dominant. Ziemlich dominant. Wir kommen hier gar nicht ins Match irgendwie. Nein, 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 nein. Kommt schon. Mein Gott. Jetzt haben wir ihn. Boom. So, wir gehen jetzt erst mal kurz zurück in den Ring. Taunten einmal. Nein, 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 nein. Er kommt schon. Er kommt schon. Nein. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, wir haben ein Signature. Lass mal direkt Signature raushauen hier. Und direkt in den Finisher. Come on, John. Come on. Take it. Und damit sichern wir uns das 1 zu 0. Für Batista. Nein. Was zum Teufel. Elbow. No. Steh auf. Oh mein Gott. Nein. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. No, 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 no. Nein. Nein. No. Oh mein Gott. No, 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 no. Du pinst mich nicht, Freund. Uh. Nein. Das. Komm. Nein. Warum hat er jetzt gerade nicht den, äh. Wir müssen ein bisschen. Bisschen härtere Maßnahmen. Uh. John Cena hat noch einen Finisher. So. Komm, 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 komm. Das hat gesessen. Jetzt taunten wir aber einmal kurz. So. Und jetzt gibt es hier auf die 12. Und Finisher. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Na. No. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das haben wir jetzt wirklich, glaube ich, zu früh rausgehauen. Nein. Nein, 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 nein. Das darf nicht wahr sein. Komm schon. Komm schon. Bati ist da. Gib alles. Ah. Wow. Ich muss ja beim Draw muss ich ja wohl nicht abgeben, oder? Oh mein, ich habe gar nichts mehr, Freunde. Na, das gibt es doch nicht. Nee. Nee. Nein. 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 Nicht dein Ernst, John Cena. Oh. Was. John Cena führt. Oh. Und wir kommen gar nicht klar, Leute. Wir kommen überhaupt nicht klar. Der ist so stark. Mein Gott. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. in dein Gesicht. Wir müssen jetzt irgendwie hier mal paar Moose reinhauen. Nein, 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 Freund Nein Oh No, no, no Ja, nein Nein Das kann nicht wahr sein, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben nur noch 8 Minuten Zeit John Cena führt mit 2 zu 0 Das kann nicht sein Ach, und dann gleich den ersten verkackt Nein Oh Gott Kompetitor Oh no, 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 no Oh mein Gott Komm schon Ja Nein Egal was wir machen, es wird gekontert Es kann doch nicht wahr sein Nein Das war zu kurz Ich hab's Vom Seil 3 zu 0 Leute, das sieht nach Titelwechsel aus Das sieht nach Titelwechsel aus Der macht uns kaputt Gut Wir haben keine Chance Gegen John Fucking Cena Komm Nein, gleich beim ersten Move Das kann nicht wahr sein Jetzt haben wir aber endlich mal einen Finisher Komm Der muss jetzt auch mal einmal sitzen Hier Kann nicht sein, dass der alles entgegen rappelt Hier Come on 1 2 3 So, okay Come on, come on, come on Nein Ja Komm Komm, wir versuchen es einfach 1 2 No Komm schon, komm schon Nein Fass ihn Kann nicht sein Aufstehen Nein Wow Nein Nein, nein, nein Lass mich John Nicht so John John Ich war John Tschüss nicht John No Oh Mein Gott Komm, wir haben nicht mehr so lange Komm jetzt Fertig Batista Du bist ein Tier Nein Wir können einfach nix tun Weil er uns einfach tötet Nein Nein Oh Es gibt es nicht Ja, Freunde Fünf Minuten Sieht nicht gut aus für uns Nein Oh Ja Komm, 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 Batista Komm, vielleicht haben wir noch irgendwie eine Chance, dass wir hier irgendwie was Krasses machen Nein Nein Aua Mein Gesicht No 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 Wir werden hier abgefertigt Wie Nichts Gutes. Komm, Batista. Das gibt es nicht. No. Er ist unbesiegbar. No, 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 no. No. Niemand will John Cena als Champion. Niemand. Komm schon. Oh mein Gott. Schon wieder vom... Oh. 6 zu 1, Leute. 3 Minuten Zeit. Wow. Oh mein Gott. Wir sind tot. Wir sind einfach nur tot. Wir können nichts mehr tun dagegen. Das kann nicht wahr sein. Komm schon, ich hatte... Und jetzt Finisher. Komm. Signature hätten wir gehabt. 1, 2, 3. Sehr gut. Komm, 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 komm. Umklatschen. Aufheben. Signature. 1, 2, 3. Nice. Und direkt wieder drauf. Nein. Komm, 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 komm. Wir holen hier noch auf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir müssen den noch zweimal pinnen, mindestens. Komm. Oh. Komm. 1, 2. Nein. Ja. Ein Pin noch. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. No, 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 no. Oh, mein Gott. Nicht jetzt raus. Komm, hoch mit dir. Hoch. 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 Leute, wir können es doch schaffen. Nein. Ich glaube, Gleichstand bedeutet kein Titelverlust. Ich muss rein. Komm, 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 komm. Komm, John. Nein, 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 treffe ich. Nein. Oh, nein. Direkt in den Finisher gelaufen. Nein, treffe ich auch noch nicht. Nein. Nein. Uhhh. Ja. Komm. Nein. Oh. Das war's, Freunde. Titelwechsel. Titelwechsel. Jedenfalls mit Flex verloren. Ja. Das war's. Freunde, leider habe ich ihn nicht besiegen können, den neuen John Cena. Damit ist John Cena der neue WWE Champion. Boah. Daumen hoch. Abonnieren. Glocke aktivieren. Nicht vergessen, zu kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Was für ein Match. Ich bin fix und fertig. Oh nein. John Cena ist Champion. Nein. Ich bin lege der Mann. Jetzt bin ich drin. Untertitelung des ZDF, 2020